Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Rambo the Video Game. Ja, nach diesem frustrierten letzten Akt haben wir die Trilogie durchgespielt und heute schauen wir uns die Story-Erweiterung Baker Team zusammen an. Mal sehen, ich denke wir werden es vielleicht in einem Rutsch durchspielen. Mal schauen, vielleicht wird es eine Stunde Gameplay. Wir starten einfach und ja, ich spiele natürlich wieder den einfachsten Schwierigkeitsgrad, weil es einfach zu schwer ist und ich würde sagen, komm, wir starten und schauen uns an, was die Story-Erweiterung zu bieten hat. Dann wollen wir uns mal in den Dschungel von Kambodscha schleichen. Rambo sieht noch relativ jung aus. Das spielt wahrscheinlich vor der Film-Trilogie, dieses Add-On. Wir lassen uns überraschen. Bin gespannt, was uns erwartet wird, ist wieder so frustrierend wie der letzte Akt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach nicht. Die Grafik ist ein bisschen besser, oder? Täuscht das? Oder ist die Grafik genauso wie im Hauptspiel? Wir gucken mal. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal hier durch den Dschungel. Okay. 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 Da haben wir doch schon ein paar Gegner. Bereit machen, alles klar. Perfektes Timing, würde ich sagen. Okay. Dann wollen wir mal uns weiter hier vorschleichen. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob es genauso viel Action wird oder ob es fair sein wird. Wir haben immer noch kein Fadenkreuz zum Zielen. Ich hoffe doch mal, das kommt noch. Nicht, dass wir hier ohne Fadenkreuz zielen müssen, das wäre heftig. Okay. Die beiden sind weg. Bereit machen, alles klar. Krieg ich hin. Bager Team. Okay. Los geht's. Ich würde sagen, viel Story. Wie? Mehr als in den Filmen irgendwie. Mehr als in den Filmen irgendwie. Check your gear, wir move up. Messner. You want any of those motherfuckers alive? Negative, unless you see any ranking officers, but don't take unnecessary risks. Our target is the camp itself. Okay, auf geht's. Können wir jetzt endlich ballern? Okay, los geht's. Okay, einmal nachladen. Super. Okay. Haben noch einiges an Munition. Weg mit euch. Ach du mit seiner Schrotflinte ey. Okay, wir kommen eigentlich ganz gut durch hier. Ach, normales nachladen, Mist. Nicht genug Munition. Wir rücken weiter vor. So, perfektes Nachladen. Sehr gut. Weg mit euch. Okay, wir sind hier doch irgendwo in Sicherheit. Boah. So, wir hatten wir mal ein bisschen Lebensenergie holen. Sehr gut. Die sind auch weg. Sehr schön. Nochmal perfektes Nachladen. Und weiter durchs Lager. Boah, kommt schon Leute. Okay, der haut ab. Der ist verwundet. Den müssen wir jetzt nur noch finden. Und lebend sollen wir den fangen. Okay, da lang. Kommt schon Rambo. Okay, der hat keinen Arm mehr. Ich glaube, der hat es nicht überlebt. Okay, einmal hier rüber. Wir sind die Flanke. Angreifen. Wir müssen halt aufpassen, dass der uns nicht trifft, ne? Okay, der ist weg. Sehr schön. Das hat wunderbar geklappt. Clear. Good job Rambo. Danforth said he'll let you drive his Chevy if you take out this shooter. Bullshit. My mother herself isn't allowed to drive it. Makes sense. She probably can't fit into it. Oh, you're so funny country boy. Enough. We've got a tunnel system entrance. Rambo, you go in there solo. The corridors are too tight for the full squad. Take some charges from Barry. Danforth, Barry, go back to that camp and rig it up. I'm gonna stay here on Overwatch. Move out. Good luck brother. Viel Glück bruder, alles klar. Wären wir doch hinkriegen, oder? Mit Taschenlampe und Pistole bewaffnet. Das sieht schon cool aus. Das haben sie besser gemacht als in den Hauptfilmen, würde ich sagen. Okay. Kontrollpunkt haben wir erreicht. Sehr schön. Und ich höre Gegner. Ach, ein bisschen zu zeitig. Okay. Ach, Mist. Normales nachladen. Okay, wir haben nur noch 10 Schuss. Perfektes nachladen. Ein bisschen mehr Schuss. Wo haben sich die Bastarde versteckt hier? Ja. Das hat angefällt mir bis jetzt mehr als das Hauptspiel, muss ich sagen. das ist ein bisschen interessanter. Also. So. 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 Okay, nochmal nachgeladen. Da stecken sich aber viele drin. Okay, weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall die Gänge säubern. Haben zumindest einen Kontrollpunkt erreicht. Alles gut, alles gut. Weg mit dir. Ausweichen. Ne, Waffe schnappen. Okay, ich hole mir mal ein bisschen Lebensenergie zurück. Ich hole mir mal ein bisschen Lebensenergie zurück. Okay, sehr schön. Ach, Mist, Ladehemmung. Das war ja klar. Oh mein Gott, die sieht man ja gar nicht hier. Perfektes Nachladen. Kommt schon. Wie viel renn denn hier unten rum, ey? Das ist ja Wahnsinn. Ach, Ladehemmung. War ja klar. Okay. Einmal Sprengstoff aktivieren. Oder Sprengstoff anbringen und dann das Lager in die Luft jagen, würde ich sagen. Das war glaube ich Lager Nummer eins und damit auch die erste Mission von dreien. Denke ich jetzt einfach mal. Ja. Okay, wir werden aber auf jeden Fall weitermachen. Es gibt es auf jeden Fall nochmal ein paar Punkte. Ich denke, meinen Levelaufstieg werden wir nicht erreicht haben. Okay, Fähigkeiten können wir nicht verbessern. Dann geht es weiter. So, wir nehmen die Waffe und führen fort unsere Mission. Wie geht es weiter? 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 Ein Kampus in der Mitte wurde neutralisiert. Bei den nächsten Koordinaten. Bravo Charlie 05 5 3 7 9. Wir glauben, dass ein Victor Charlie Unit uns betrachtet. Ambulanz ist set und wir erwarten den Krieg. Zwei klicken in der Mitte von der Kampus. Ich verstehe. Solid copy, Raven. Will you reach LZ Alpha as planned, over? Affirmative. Extraction as planned at LZ Alpha, over. Copy. Over and out. Oh man. Blowing up that camp. All those weapons inside. Must have saved lots of our boys' lives in Nam today. This is huge. Do you already feel like a rockstar, Danforth? Yeah, almost. Just need to get my boot shining again. Oh yeah. And drive my Chevy. Too bad I can't do it in Nam. Have you heard why Jesus wasn't born in Nam? Cut that bullshit and scan your sectors. Okay, klappt der Hinterhalt. Here we go. Get ready. Da kommt keiner, oder? You just need to. Okay, that's the primavera-racket one. It's all right. Oh no. Yeah. ok nachladen vergessen perfektes nachladen gerade da unten hat noch überlebt gehabt ok noch ein bisschen lebensenergie geholt perfektes nachladen den nehmen wir weg ok ich werde aber um einiges getroffen weg mit euch perfektes nachladen ach das war gerade so noch ok die schießen wir doch mit granaten das ist ja mein horror mit granaten komm schon wir müssen weg wir müssen zur landezone unbedingt ok ich höre schon den helikopter oder war das eine täuschung ich denke mal das war eine täuschung oder kann ich mal nachladen ok das geschützt da muss man ein bisschen aufpassen nochmal perfektes nachladen ok den haben wir den haben wir auch die müssen wie viel kommen denn hier noch ok die ziehen sich zurück das ist schon mal sehr gut puh das war knapp na dann auf geht's schön ausweichen bereit machen oder stürzt eine palme ein shit ich hätte noch ein bisschen warten sollen tja wir müssen aber erstmal hier rauskommen wo ist hier noch einer ok weg mit euch habe ich den erwischt ne der steckt da noch hinterm hinterm busch mit seiner granate so den kommandanten haben wir platt gemacht der wollte von hinten angreifen keine chance es ist so viel cooler inszeniert ja das ist viel cooler inszeniert als das andere alles das ist viel cooler inszeniert ja echt mal so wo ist noch einer hier unten glaube ich sehr gut ok fallen haben sie auch noch aufgestellt großartig keine güte die verfolgen uns echt jetzt in noch mal perfekt das nachladen super ok granate nicht gut wir müssen weg hier kommen los leute wir müssen weg hier ok 88 schuss habe ich beim perfekten nachladen den kontrollpunkt erreicht das ist sehr gut das ist sehr gut wie man hier das ist das der 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 nachladen und mit einer granate die kannst du dir sonst wo hinstecken kurz nachladen und weg mit dir kommt schon kontaktiert endlich die base ok die brüste ich alle meinen boost weg hier auf jeden fall nicht abbrechen den kann ich so lange setzen wenn ich nämlich abbreche fühle ich die ganze leiste oben das habe ich aber erst jetzt mehr 10 12 und 3 o'clock sie versuchen uns zu verbrechen wir müssen uns die radio ist also wir müssen LZ-Alpha bei 10 hunderten all costs das ist unsere einzige Chance zu kommen hier Rambo du und Barry gehen nach dem Passage zu versuchen sie zu verbrechen ich und Danforth gehen nach links über den Berg und wir mit dem LZ es wird verbrechen da sein ich weiß du hast den roten Smok vorbereitet der erste auf dem LZ wird dir die Chevy für einen Spinn nehmen du wirst Mission Mission complete ok jede Mission geht ungefähr eine Viertelstunde ich würd sagen komm wir hauen die letzte Ohr noch raus dann sind wir bei einer dreiviertelstunde haben aber das komplette DLC in einer Folge durchgearbeitet ich denke mal das kriegt man hin wir kriegen sogar nochmal einen Stufenaufstieg ist sehr gut ich bin Rang 18 mit Hauptspiel und DLC DLC ok vielleicht Spezialausrüstung komm ich nehme mal noch Spezialausrüstung mit und dann gehts weiter ich nehme wieder die Waffe und dann gehts los wir werden verfolgt das ist gar nicht so einfach von Wietnamesen ok Rauchbombe fliegt das müsse der Abholpunkt sein gut also den Helikopter den haben wir schon mal der soll uns wahrscheinlich abholen oder wir sind für euch bereit nachladen habe ich total vergessen die knallt doch den Hubschrauber ab der kann nicht vorstellen dass der uns ok weg mit euch ja gut doch schluss ich weiß die ballern auch mit nochmal nachladen und dann ab in den Helikopter würde ich sagen oder ach habe ich wieder zu zeitig eingesetzt hier meinen ich habe zu zeitig eingesetzt meinen mein boost hier meine Zeitlupe ok ok perfektes nachladen oh mein gott shit komm ab rein hier ab ans Maschinengewehr ja ja alles nieder nice work ja es fehlen auch noch zwei Leute es fehlen aber noch welche wo ist aber überall her gekrochen kommen jetzt ok ein bisschen lebensenergie geholt jetzt weg hier oder mein gott was wir nicht überlebt haben oh scheiße was wird das jetzt was hast denn du da einen Granatwerfer was hast denn du da einen Granatwerfer aber niemand gewinnen wenn wir sterben CAS wird in den Moment und sie werden die ganze fliege die fliege wir brauchen wir brauchen die fliege die fliege sind auf jeden Fall raus wir müssen wir brauchen die fliege die fliege ich bin sicher dass sie die Fliege haben schon haben sie über die Fliege verabschieden du hast es sicher? du kannst das nicht wissen Rambow komm 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 okay die hauen ab und lassen uns hier allein oder was? oder sollen wir die noch zurückholen? aber wo hängen die fest? das ist die Frage okay wo sind uns gekumpelt? kommt komm schon Rambo ah keiner wird zurückgelassen ne? keiner wird zurückgelassen wo sind die? gegen Rambo hat er sowieso keine Chance oder? okay sind sie das? ich habe es nicht gesehen ob das Feinde waren hier jetzt ab in den flüss großartig wohin 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 ich habe keine idee die sind hier haben sich hier verschanzt alles klar kommt schon Leute raus hier schreie so lasst uns ja in ruhe jetzt greifen die nur von hinten an wahnsinn ok die sind auch weg ok das geht ganz gut hier kommt ok der ist weg der wollte unsere kameraden angreifen ok die sind weg die sind auch weg die kommen wo angesprungen wie Äffchen hier muss ich sagen ein Haufen Kommandanten haben die hier Haufen Kommandanten haben die hier weg mit dir meine Güte das wird noch ein langer Weg dass die wieder zum Helikopter kommen ok die haben wir auch alle das ist so geil inszeniert ey warum haben die das bei den ersten Filmen nicht gemacht haben die das bei den ersten Filmen nicht so geil gemacht das ist ein ok das war es wir sind durch mit der story erweiterung baker team und ich muss sagen das hat mir von der inszenierung auf jeden fall besser gefallen als zum beispiel der dritte film wo ich da ja so verflucht war und geflucht und mich geärgert habe weil das einfach nur gegner gespimme war hier waren auch viele gegner aber das hat irgendwie gepasst dazu und ja es hat richtig spaß gemacht und damit haben wir auch das spiel jetzt durch mission complete mission complete ja genauigkeit ist jetzt nicht so gut gewesen und ja aber 190 feinde getötet ist in ordnung ein level ab wäre man nicht noch bekommen das wird nicht reichen und selbst wenn doch wir haben noch ein level ab aber selbst wenn wird uns das ja nichts bringen was haben wir denn hier aktuell zehn prozent mehr schadenswirkung maximal fünf granaten kommen leichte waffen hier jetzt hauen wir noch raus wir haben natürlich nicht alles aber wir sind jetzt durch spiel wurde gespeichert wir sind rang 19 können jetzt zum hauptmenü zurückgehen und haben die filmtrilogie und den story modus baker team durchgespielt ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da ich sage bis zum nächsten mal oder einem neuen let's play machts gut euer basti tschüssi bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal